Musik Bevor wir die Doppelschlossanlage Harkotten erreichen, stoßen wir auf ein Wesen aus der griechischen Mythologie, Atlas, der das Himmelsgewölbe stützt. In der Ferne ist Schloss Harkotten sichtbar. Wir befinden uns hier vor Schloss Korf, ein Bestandteil der Doppelschlossanlage Harkotten. Musik 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 Blick auf Schloss Korb Der Wassergraben Nebenzugangsbereich zu Schloss Ketteler, einem Talbereich der Doppelschlossanlage Harkotten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020